Wir sollten also die Komponenten vielleicht nicht anfassen, elektrisch, wenn wir davon keine Ahnung haben und äh... Warte mal, wie nutze ich den Schlüssel? Ah, okay. Alles klar. Frage beantwortet. Wat? Ja, ne Axt. Oh nein, wir können kämpfen. Oh Gott. Wir brauchen Ausdauer dafür. Irgendwas kommt. Ich weiß es genau. Wie unangenehm das ist, ne? Wenn du weißt, dass irgendjemand mit im Raum ist. Okay, die Oxygen-Tanks sind empty. Äh, was ist das denn? Ich weiß nicht, ob das sollte, aber es sieht so aus. Entschuldigung. Was denn? Wofür? Alles gut. Ja, Statue nehmen wir mit. Oh, ich hab das früher immer gehasst, wenn du... ...dass ich mit im Raum bin. Was? Nein. Nein. Ich mein damit im Spiel. Ich mein damit im Spiel, wenn du diese komische Kameraperspektiven hast, so wie das früher bei Horrorgames ja war. Risen Evil hatte das, Silent Hill hatte das und auch etliche andere. Und du dann irgendwas gehört hast und du konntest es aber nicht sehen, weil du die Kamera nicht drehen konntest. Das war so, das war so gruselig. Was ist das denn? Was zum Teufel ist das denn? Was? Au? Wieso au? Wieso au? Guck, hier gehen die nicht. Bei der YouTuber-Aufnahme. Es sieht aus, dass es der einzige Exit ist, aber jemand oder etwas ist da, der schnappert. Schau an mich. YouTube haue. Deswegen. Nicht böse sein. So. Ja, was können wir denn machen? Was haben wir denn jetzt im Inventar? So ein Coin. Ah, für die Wending-Maschinen wahrscheinlich, ne? Okay. Aber wie findet ihr das so vom Design her? Falls ihr es halt in Tildo oder so kennt oder so generell so die alten... Es hat einer alleine gemacht, ne? Das müssen wir mal überlegen. Äh, nein. So Maschinen. Was haben wir jetzt? Einen Kopf haben wir... Für die Statue. Okay. Keine Angst. Es ist gut, dass du da bist. Ja. Gott, wie gruselig dieser Gang da hinten war mit diesen Viechern, die da standen. Flexi-Opa in den U-Bahn-Höfen ist du dir. Ja, so stelle ich mich vor. Nach, nach gefühlt... Aber-Millionen-Streams. Irgendwann sehe ich mich da in so einer U-Bahn so rumlaufen. Da sehe ich mich. Und denkst du über mein Leben nach? Na, guckst du am Boden? Mach immer den hier die ganze Zeit. Nein, nein, nein. Warum habe ich immer Horror gestreamt? Nein, 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 nein. Warum muss es immer Horror sein? Nein, 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 nein. Und alle... Und die Zuschauer immer den hier. Doch, 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 doch. Immer Horror-Flexi. Doch, 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 doch. Wie gut. Entschuldigung, ich nehme gerade ein bisschen... Oh, ein Schalter. Es geht Licht an. So, warte. Ich würde gerne die Dings benutzen. Oh nein, ist die Tür offen? Okay, die Kette ist weg. Lieber Entwickler, du verstehst wahrscheinlich eh kein Wort von dem, was ich sage. Aber könnte man das nicht anders machen mit der Kette? Das war ein bisschen blöd, weil man denkt jetzt, wie verschwindet einfach so eine Kette? Kann man das nicht irgendwie so machen, dass da so ein elektrischer Riegel dran ist? So mit so einer kleinen Lampe? So, weißt du, wenn du dann irgendwie so einen Mechanismus aktivierst, dass der dann ausgeht, die Lampe, und dann ist die Tür offen? Das wäre vielleicht ein bisschen immersiv besser, weil man... Oh, da ist nur jemand irgendwie am Mauern. Scha... Oh nein. Nein. Keine Puppen. Lass es keine Puppen sein. Ich hasse es. Ich will keine Puppen. Ich hasse Puppen. There are lots of mannequins here. One of them seems covered in blood. Toll, es sind ganz schön viele Puppen hier. Und, äh, ja, einer von denen ist in Blut getränkt. Und ich habe das Gefühl, ich höre da jemanden laufen. Oh nein. So war ja übrigens die Kamera ja auch bei, bei Dings, ne, bei Medium. Oh, Medium war auch so großartig. Ja, wir neigen uns ja auch so langsam dem Ende des Jahres, ne. What is this thing doing here? Woll ich früher immer haben, sowas. Komm, ich gleich nochmal drauf zu sprechen, was ich sagen wollte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für einen alleine, für eine Person alleine. Fotos of European Articentural Styles. My daughter used to explain me their difference when she was young. Findet den Titel vorige Post gut. Ja. Post Trauma. Was, Regeneration steht da? Ach, Registration, locked. Aber auch wenn das nur so in... Oh nein. Wenn das nur so in Textform ist, reicht der... Reicht mir das auch schon? Es muss... Es muss nicht immer Sprachausgabe sein. Wenn man es selber liest, ist es auch ganz cool. Ich hasse Puppen. Müssen es Puppen sein? Oh. Of course. This one is complete. Kann ich die mitnehmen? Transitmap. Aber finde ich auch ein cooles Setting, muss ich sagen. Ich denke, es ist ein Art-Pieces. Der Art-Name... Was? Der Artist-Name ist unten. Okay. Was steht denn da dran? Können wir es lesen? El... Alina... Ryu. Okay. Äh, als Setting finde ich das mit der U-Bahn echt cool. Es sieht aus wie ein totes Körper. Es sieht aus wie ein totes Körper. Es ist endlich nicht bewegt. Nicht Post. Post. Englisch Aussprach. Post. Entschuldigung. Das, was ich vorher geschrieben hatte. Resident Flexi. Hier, was? Hier ein Matsch in der U-Bahn Bielefeld. Habe ich gar nicht gelesen. Entschuldigung. Ich weiß nicht, was das ist. Ist es hart? Runter oder rauf? Ah ne, ist beides rauf. Ich dachte erst. Es ist wie gesagt nur eine Demo, ne? Es hat einer alleine gemacht, diese Demo. Und ich hoffe, es kommt als Vollversion. Oh nein. Oh, und ich hoffe, es kommt nächstes Jahr dieses, ähm... Da gucken wir uns nachher nochmal meinen Trailer an. Dieses... Ah, wie hieß es denn nochmal? Seems to Generator, äh... In gut Kondition. The fuel generate ready is empty. Ah, okay. Also brauchen wir Fuel. Ähm... Wie hieß es Prototyp? Ne, wie hieß es denn nochmal? Irgendein Spiel, was aussah wie Alien Isolation. Was sie angekündigt hatten. Schon länger her. Another coin. Silber. Nehmen wir mit. Oh, hier geht's noch weiter. Ich guck mich erst mal unten um. Ah, the gate is locked. But with that thing over there, I don't know, if I want to open it. Oh nein, das guckt uns... Oh nein, das guckt uns an. Schaut mal, wenn ich jetzt hier rübergehe. Guck mal, der Kopf. Oh nein, das ist so furchtbar. Hör auf damit, Spiel. Ich hasse das. Okay, jetzt eine Windingmaschine. Die ist aber aus. Also müssen wir den Generator starten. War ja klar. Ist hier Fuel drin? Was ist das? The same Symbol from before. Nothing useful here. Some fuel cans, but all empty. Oh Gott, diese Geräusche. Ähm. Another key. I think the arm has more blood now. Take it. Oh Gott, diese eklige Puppe. Was spielen wir hier eigentlich immer? Was ist denn das? Der Schlüssel. Wofür mag der sein? Wahrscheinlich ist da oben eine Tür oder so. Die Puppe wird kommen. Da wette ich mit. So hatte ich. Sie ist giving me a green stone. Should I take it? Erstmal nein. Erstmal nicht. Should I take it? Should I stay and should I go? Okay, hier geht es nirgendsüber lang. La la la. Lustig wäre es gewesen mit der Kamera so in der Ecke und dann wäre die weg. Wofür ist der Schlüssel und wofür ist der Stein? Was? Wir müssen ja irgendwie den Generator anbauen. Hä, warte mal. Oder war hier noch irgendwo ein... Oh, der Schlüssel war bestimmt für die... Für die... Dings. Registration, oder? Die Tür. Wo war die nochmal? Registration, genau. Hier bestimmt, ne? Ja, warte. Oh, kann ich speichern? Some has been living here, one has living here. Yo, Tatsache. Ehrlich. There's not here. Trust the blood one. Da liegt irgendwie ein Magnet am Tisch mit irgendeinem Elektro-Kram. Ja, save. Oh, cool. Spiel gespeichert. Ich weiß doch gar nicht, wie lange die Demo geht, ne? Fuel. Wir haben Fuel gefunden. Achso. Ich denke, was redet hier so nach Creme? Ja, schön. Dann würde ich trotzdem nochmal speichern, weil wir ja... Es ist... Ich muss sagen, es gefällt mir richtig gut, das Game, ne? Ist echt cool gemacht. Blöd nur, dass er die Taschenlappe immer ausmacht, wenn man durch eine Tür geht. Das muss noch gefixt werden. Bitte Vollversion, lieber Entwickler. Daumen hoch. Großartig. Atmosphäre. Cool. Cooler Dude. Gut. Geschichte weiß... Geschichte weiß ich noch nicht. Kann ich noch nicht viel zu sagen, warum wir hier sind oder wie auch immer die Geschichte ideemäßig ist. Ich habe Angst, das erste Mal zu kämpfen, ne? Was ist das denn? Oh nein, ich will da nicht hin. Ich gehe da nicht hin. Nein. Alter, da ist die alte schon wieder. Ich gehe da nicht hin. Kein Stück. Was ist das Buss auf den Böden hier? Das Schmied ist schrecklich. Leichen. Über Leichen. Ich weiß, wir können zum Automaten, aber ich will da nicht hin. Da steht dieses Vieh. Ich gehe da nicht hin. Hier ist gar nichts. Okay. Von, wir haben nur so eine mickrige Axt. Hallo Beer Punch, grüß dich. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wie geht's? Wie steht's? Und viel Spaß im Lurk. Ich habe den Lurk-Command immer noch nicht aktiviert. Ich muss das mal machen. Äh, wat? Ich kann nicht sehen, dass die Buss auf dem Buss. Our red lights is shining inside. Ich will dieses Spiel haben. Ich will dieses Spiel haben. Ich will wissen, was hier los ist. Oh, die alte steht doch bestimmt da, ne? Ist hier was im Liegen? Ne. Hallo? Nein. Ich will da nicht hin. Näää! Hau ab! Ich kämpfe nicht gegen die. Die kann nicht mal. Die kommt hier runter, ne? Oh, fuck. Ich kämpfe nicht gegen die. Nee, nie im Leben. Never. Tschüss. Kommt die rein? Steht bestimmt jetzt vor der Tür. Ist großartig gewesen. Ich kann nicht kämpfen. Oh, wir sind schwach. Lass mich. Oh, ha. Oh, ha. Alter. Ich gehe direkt zum Automaten. Na, guck doch. Mann, renn weiter. Höh. Alter, die alte kommt. Muss ich diesen scheiß Automaten benutzen. Hua. Hua, renn weiter. Hua. Nein, es ist immer noch zu. Oh Gott. Oh. Oh. Wie soll ich denn gegen die Kippen? Ich habe gar nicht gelesen, was da steht. Aber wir haben keine Ausdauer mehr. Ich muss warten auf Ausdauer, ne? Kann man den irgendwie ausweichen? Hat der irgendwie eine Ausweichtaste? Ich habe sie getroffen, der hängt der Kopf runter. Okay. Okay, Bro. Okay, Bro. Ist nicht schwer, die alte. Aber die ist eklig. Geh weg. Lass mich. Was? Okay, haben wir das auch mal gesehen? Ach, das war es noch nicht. Hä, wir sind aber tot. Ähm. Haben wir das Spiel gecrashed? Something is living here. Oh nein. Oh nein, er lädt es nicht. Nein. Oh fuck, warte mal. Wir haben es auf Epic stehen. Ich will eigentlich nicht auf Epic sein, sondern auf High. Nicht Medium High. Äh, DLS, Physik her. Physik her? Okay, Apply. Feed of View. Vousing on. Ich habe es gar nicht eingestellt, Entschuldigung. Ähm. Hei, 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 und? Ähm. Ich würde gerne laden. Ich lade nochmal eben, Entschuldigung. Irgendwie lädt der den Ding, weil wir gleichzeitig gestorben sind. Ich glaube, das lag deswegen. Also, es lag daran. Ich hoffe, wir können laden. Ich hoffe, das Spiel ist nicht broke. Okay.